So, da sind wir wieder bei Xenoclash. Und die Adra hat immer noch einen Pfeil im Gesicht. Oh yeah, und wir wollen mal zu ihr hingehen und hören, was sie zu sagen hat. Hallo. Das wäre gut. Das ist doch mal ein Deal. Alles klar. Wir holen Golem, der... Zack, der hoffentlich seinen Rubik's Club endlich fertiggestellt hat, damit er endlich mal wieder aufsteht. Mann, Golem ist echt irgendwie pain in the ass. Ich weiß auch nicht. Der ist zwar ganz witzig, aber voll die Schnarchnase. Aber mal volle Kanne. Oh, Mampf. Ja, sehr gut. Jetzt verstehe ich auch, warum die hier Mampf verteilt haben. Und wenn hier so viel ist, dann wird da sicherlich noch irgendwas kommen, wenn ich jetzt wieder volle HP hab. So. Oh, what the fuck? Wo ist der? Oh man, hey, du bummst doch nicht gerade die Ferkelmutter. Golem. Hallo. Äh, wow. Tür zu? Was denn nu? Hallo? Gut, also da wo Golem mal war, ist Golem nicht mehr. Wenn man ganz unschwer erkennen kann, sitzt da. Kein Kerl mit dem Rubik's Cube auf der Bank. Äh, okay. Das ist jetzt einfach das Ende vom Spiel. Wir sind hier gefangen. Zack, kein Abspann, kein gar nichts. Das war extrem lame, aber es wird... Da, fuck, wo kommst du denn her? Ja, bitte. Mach halt. Box hier auf beiden Enden, ist mir doch egal. Kannst doch deinen großen Bruder holen, ich boxe dich. Mir doch sowas von egal. Zack, zack, zack. Falcon Punch. Okay. Also ausweichen kann er auf jeden Fall. Schlägt er auch. Nicht. Okay, pass auf, pass auf. Okay, fuck. Zack. Ah, jawoll. Was hältst du davon? No one can beat me. Dummes Gelaber. Hey, lass die Hand auf dem Rücken, ja. Du hast zugestimmt. Das werden wir noch sehen. Wow, 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 was kommt jetzt? Hadouken oder was? Zack. Okay. Hoppa. Wenn du nicht immer ausweichen würdest, du bist so ein... Lauf zu... Aber du nicht. Naja. Zu langsam und keine Reichweite, würde ich mal sagen, hast du. Das ist dein Problem. Das ist dein größtes Problem. Große Klappe und nichts dahinter. Das ist dein zweites Problem. Vorhersehbarkeit. Das ist dein nächstes Problem. Was sollen wir dieser Tanzschritt darstellen? Willst du mich damit treffen? Ernsthaft. Hopp jetzt. Wow, hey, hey, hey. Du Arsch. So haben wir nicht... Zack, 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 zack. Wuppa. Warum wusste ich, dass er das macht? Und nochmal. Und immer das gleiche, von mir aus. Oh, fuck, jetzt. Ah, gut. So soll das sein. Zack. Hand auf dem Rücken lassen. Hand auf dem Rücken lassen. Hey. Ja, ich bin zu langsam. Ist klar. Lass machen wir das klein nochmal, wenn er zurückgeht. Ah, fuck, da war ich zu nah dran. Okay, da muss ich warten, bis er... Jetzt. Jawohl. Bisschen. Wenn man das Timing drin hat, ist es kein Problem, ihn zu treffen. Mal sehen, was er das gesagt, wenn ich ihn besiegt habe. Oh mein Gott, du hast mich zum dritten Mal besiegt. Oder ist es immer ein anderer? Seid ihr... Kann er schweben? Ja, was machst du jetzt? Raus. Nein. Kann er nicht. Kann er nicht. Kann er nicht. Ah, looks like I'll have to take it seriously. Now you have no chance. Okay. Ja, komm. Sand ins Auge. Fair. Doch, doch. Ich find... Ja. Okay. Zack. Und... Fuckin' Pawn. Schon erweicht ihm aus. Ah, da war ich zu langsam. Ich versuch mal auszweichen, aber ich bin... Das hab ich nicht so drauf. Boah, hey, du hast mich im Eck. Eck ist voll uncool, Mann. Mein Gott. Du Assi. Du Assi. Wie vor... Ah, fuck you. Was für ein nervtötender Gegner. Was für ein nervtötender Gegner. Blocken ist seine Leidenschaft. Kann nicht sein, Mann. Komm schon. What the fuck? Hey, okay, dem konnte ich nicht ausweichen. Was tust du? Autsch, das tut weh. Lass sowas. Ich glaub, man kann ihn nicht besiegen. So wie das aussieht. Ja. Das gehört zur Story. Gut. Ich dachte schon, ich bin dran vor am Failen, aber es geht halt einfach nicht. Eine Krabbe auf dem Kopf. Lach nicht so. Ich würde nicht lachen, wenn ich eine Krabbe auf dem Kopf hätte. Und jetzt kommt Golem von hinten und bummst dich aber so richtig weg. Ich glaube, du hast schon viel Spaß gemacht. Oh yeah. Oh yeah, wie... Oh, sehr gut. Dankeschön. Oh. What? Moment mal. Golem wird verletzt und wir beide auch. Jawoll. Oh, Golem. Ich nehm alles zurück mit Schnarchhupe. Der Typ ist cool. What happened just now? I said I would help you. And that is what I'm doing. Sehr good. Where are you going? To Halstdom. What's the hurry? What happened? Hey! Kak, come on, Gat. We have to follow him. Yeah. Sorry. That guy almost killed you. Let me help you up. Okay. Golem wurde gerade getroffen und wir beide wurden mitverletzt. Ist Golem eine ein Zusammenschluss aus uns beiden im Prinzip, der uns darstellt? Oder ist Golem stellt... Was zum Teufel stellt Golem dar? Das würde mich interessieren. Mich interessiert so viel. Aber hey. Can you remind us why we're trying to get here instead of running away? Because once I get into the city, I can end all conflicts. Awesome. I will open the gate and in Halstom you will see how your destiny can change. Yeah. Das klingt nach einem Plan. Blöde Frage. Hallo? Those steps were supposed to shoot. We'll finally get to shoot that car with who even get the reward and everything. Who's that? Tja. Das werdet ihr schon noch früh genug merken, Leute. Das mit dem Typ. Wow, yeah. They have so... Wow. Scott, he's opening the gate. Ach was. No shit, Sherlock. Gut. Fünf. Auf einmal. Gegen zwei. Gut, haben wir... Okay, was? Was hat die Adrugger gesagt? Ich hab's gerade nicht verstanden. Wenn wir diese Typen abhalten, können wir das ja... Das ist richtig. Wow, fuck. Wo kommt das her? Machen Ratten wirklich solche Geräusche? Machen Ratten überhaupt ein Geräusch? Die fiepen doch, oder? What the fuck? Was seid ihr denn für Ratten? Zack, au. Was ist denn... Oh ja, das ist MC Lizard is back, man. MC Lizard. So. Soviel zu dir. Zack, 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 zack. Mal ein Magazin auf dich leeren. Okay. Dann halt den harten Weg, ja? Dann halt den harten Weg, mein Gott. Dass die sich immer so schwierig machen müssen. Sterb doch einfach. Kriegt er auch nicht so auf die Fresse. Also. Okay. Eine weitere Battle Arena, an der wir hier sind. Geht über den Schwert. Du hässlicher Bastard schon wieder. Mal laser. Dann sagst du mir so eine Maske auf. Und diese Tuschie. Ich kann dich. Von Anfang des Spieles hab ich dich gehasst. Und ich werd dich immer hassen. Ja. Show some love. Und? Okay, keinen. Aber wenigstens, du hässlicher Kübelkopf. Ey. Äh, Diedra? Könntest du... ...mir irgendwie helfen, so? The fuck, ich will... Den da, herrgenau dich. Sehr schön. Jetzt hat's den richtigen... Mal laser nicht. Oh yeah. Oh. Fuck you. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich weiß, ihr seid böse, weil... Ich hab eure dealende Mutter getötet, aber hey. Das war echt mal nötig, ernsthaft. Oder willst du wirklich eine Mutter haben, die deine Schwester verkauft? Nein. Wer möchte das? Ich kann an niemanden denken, der sowas hat. Wow, okay. The fuck. Da hast du den Scheiß. Boom. So, jetzt aber. Hier hab ich eh noch... ...einen Schädel zurück. Nenn ich da hin. Okay, wo? Die Frauen verstecken sich natürlich hinter Schusswaffen. Das soll jetzt keine Krise langer Frauen sein, aber an denen... ...in dem Spiel hier... ...wenn die mir tierisch auf die Eier gehen. Aber sowas von. Alter. Alter, leg die Waffe weg. Ich boxe die Schlampe zu Tode. Ich werd so lang boxen, bis mir noch Matsch in meinen Händen ist. Du, mit dir hab ich ja eh... ...was am Laufen hier. Du bist ja so... ...ich werd so lang, wenn du meinen Ellbogen auf mich zurennen, bis du tot bist. Oh ja. Und dann tanze ich auf deinem Grab. Okay. Was? Was? Warum? Bam! In your face! Zack, okay. Ah, die ist weg. Sehr gut. Wow! Noch die andere hier. Die andere kranke, aber die ist nicht so nervig, muss ich euch sagen. Gut, kann auch sein, weil sie mir einfach nicht schon... ...zehnmal vor die Fäuste gelaufen ist in dem Spiel. So, zack. Gute Nacht. Aber alle zusammen. Und jetzt? Oh, da ist das Mamm. Yeah. Du kannst es höher... ...machen. Au. Ach, den Typ meinten sie. Jetzt versteh ich's. Ich hätt gar nicht gegen den kämpfen müssen. Und ich hätte einfach die Typen abhalten müssen. So, zack. Das Tor geht weiter auf. Sehr gut. Das heißt, weiter auf. Das Tor ist offen. Awesome. Ich will nicht schüttchen. Mach doch. Du triffst doch eh nicht mit Blindfisch. Fernglas im Gesicht, du siehst mich trotzdem nicht. So, zack, zack, du hässliche... Ach. Mittlerweile nerven sie mich nicht einfach nur noch diese Typen. Mal ganz ehrlich. So. Steh auf, du Memme. Was bist du das Tor zumal? Ich bin schon drinne. Mein Gott. Om nom nom nom. So. Yeah. Da sind wir. Und dann. Und dann und dann und dann. Wer auf zu gucken. Was soll ich machen? Au. Er hat mir gerade telepathisch übermittelt, dass er möchte... Ich soll da lang gehen. Bist du dir sicher? Okay, cool. Hat er wirklich auf den Kopf genickt? Wie geil ist das denn? Okay. Das hat gerade genial gepasst. Okay. Beim nächsten Mal werden wir da hingehen und gucken, was dort ist. Wohin er gerade gezeigt hat mit seiner unauffälligen Kopfbewegung. Guck mal, was uns erwartet. Bis dahin. Haut rein. Bis dahin. ... ... ...